Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich nehme euch mal mit auf so eine kleine mentale Reise. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu psychologisch hier, das ganze Video. Aber ich bin über ein Video gestolpert auf TikTok von Florian Hoffmeister. Der ist Kameramann für True Detective gewesen, für die neue Staffel. Und er hat eine Sache gesagt, die ich eigentlich so auch teilen kann und die mich eigentlich auch schon immer so als Filmemacher beschäftigt oder auch mich generell so in meinem normalen Leben auch beschäftigt. Nämlich er sagt folgendes, er filmt nicht in Raw, er filmt mit einer Latt, die speziell für Ari entwickelt wurde und diese Latt wurde eingebrannt. Ja, wenn ich heute jetzt drehe, kann ich es erstmal in Raw drehen, dann kann ich mir das ein bisschen offen halten, dann gucke ich mir das an und dann kann ich mir auf dem Weg noch 30 Mal meine Meinung ändern. Ich halte das für schlecht. Ich glaube, man muss bestimmte Sachen einfach entscheiden und dann an bestimmten Punkten und dann muss man diese Entscheidung weitertragen. Finde ich spannend. Das heißt, er sagt also, er möchte ganz bewusst seine Auswahl einschränken und Entscheidungen im Vorfeld treffen und dann diese Entscheidung tragen. Und ich glaube, diese Aussage trifft auf vieles im Leben zu, nämlich auch fürs Filmemachen mit dem Smartphone zum Beispiel. Das ist ja auch, ich glaube, so einer der entscheidenden Gründe. Man limitiert sich auf sein Smartphone zum Filmemachen und hat dann eigentlich das ganze Zubehör gedöhnt und braucht sich nicht um riesige Kameras, schwere Slider und Sonstiges halt kümmern. Ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Auf das Thema weniger ist mehr und sich zu limitieren, um so ein bisschen das Maximale herauszuholen und einfach auch seine Gedanken dann frei zu bekommen. Weil wenn ich mich einmal entscheide für eine Geschichte, zum Beispiel für eine Latt, für ein Kamerasystem, für nämlich mit der großen Kamera oder für nämlich mit dem Smartphone. Also man trifft ganz bewusst im Vorfeld Entscheidungen und limitiert sich dann auf das, was man hat. Gilt ja auch im Marketing. Man sagt, wenn man zum Beispiel jetzt in ein Schuhgeschäft hineingeht und man sieht eine ganze Wand voller Schuhe, dann ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass eine Person ein Paar Schuhe kauft und zufrieden aus dem Laden geht, als wenn man nur in einen Laden geht und vielleicht nur maximal sieben Paar Schuhe sieht. Weil dann hat man eine limitierte Auswahl. Man hat nicht so eine große Gedankenvielfalt, wo man sich überlegen muss, könnten es das Paar sein oder vielleicht das Paar oder doch vielleicht das ganz andere. Und dann kauft man sich ein Paar, geht aus dem Laden raus, ist im Nachhinein dann noch enttäuscht und sagt, boah, hätte ich nicht doch vielleicht lieber noch ein anderes Paar kaufen sollen. Die Auswahl war so gigantisch. Mein Gehirn wurde befeuert mit allem möglichen Input. Und ja, dann ist man nicht so zufrieden, als wenn man ganz klar nur eine kleine Übersicht hat. Sieben Paar Schuhe oder im Falle von Florian Hoffmeister nur eine Latt. Das Ganze kann man natürlich auch so halten, dass man sagt, man hat generell vielleicht nur so fünf Look-Up-Tables. Ein Look-Up-Table ist übrigens, für die, die es nicht wissen, ein Farblook, ein Farbprofil, welches man dann über sein Video legen kann, um einen entsprechenden Look zu bekommen. Zum Beispiel so ein Kino-Look, Orange-Teal oder so einen düsteren Joker-Look, so ein bisschen mit grünlich-rötlichem Look und solche Geschichten. Also man kann einen Farblook in seine Videoaufnahmen damit reinbrennen, beziehungsweise auch im Nachhinein im Color-Grading dann nachbearbeiten. Und in der Regel ist es ja wirklich so, du drehst ein Video, sitzt dann zu Hause im Schnittraum und überlegst dann, so, wie soll denn der Look aussehen? Und ich kann jetzt hier diesen Regler drehen und jenen Regler. Und ich habe jetzt hier noch die Look-Up-Tables von dem YouTuber und dann von dem, ich selber habe, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, gefühlte 500 Latz bei mir in meinem Final Cut vorinstalliert. Und letztlich nehme ich doch mal die gleichen. Also überleg doch einfach vielleicht mal bei deinem nächsten Videoprojekt im Vorfeld, welchen Look du haben möchtest bei diesem Video. Und entscheide dich doch mal ganz bewusst mal im Vorfeld für einen Farblook. Und dann dreh das Video. Und dann beobachte mal an dir selber, wie dein späterer Workflow dann funktioniert. Vielleicht ist es ja bei dir auch ganz anders. Aber vielleicht sagst du dir dann ja auch, hey, das Ganze ist viel einfacher, weil die Entscheidung wurde mir schon mal abgenommen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Kamerabewegungen im Film. Ich sage ja immer, die Kamera muss in Bewegung sein. Von hinten nach vorne, von links nach rechts. Immer fließende Kamerabewegungen, wie eigentlich in vielen typischen Hollywood-Filmen. Aber Florian Hoffmeister sagt in einem anderen Video etwas anderes. Er sagt, wenn die Kamera in Bewegung ist, muss es hierfür einen speziellen filmischen Grund geben. Wenn du die Kamera einfach nur so bewegst, dann ist es vielleicht nur so der Ausdruck der Langeweile im Bild, dass du versuchst dann zu überspielen. Wenn quasi, was du filmst, nicht gerade spannend ist, dann versuchst du so ein bisschen Spannung und Dynamik mit deiner Kamera ins Bild zu bekommen. Das ist natürlich auch ein spannender Ansatz. Und irgendwo hat er da auch recht. Vielleicht andererseits bin ich ja immer noch so ein bisschen der Meinung, eine bewegte Kamera ist dynamischer. Aber vielleicht solltest du dir dann auch noch bei deinen nächsten Videos im Vorfeld überlegen, warum machst du jetzt diese Kamerabewegung? Was ist die Motivation, die Kamera jetzt von links nach rechts zu bewegen oder nah auf einen Darsteller oder irgendwie ein Geschehen hinzu? Klar, das sieht natürlich einerseits dann cinematisch aus, wenn die Kamera in Bewegung ist. Aber vielleicht hat das ja noch viel mehr Tiefe, wenn du auch der Kamerabewegung einen Grund gibst. Vielleicht wirkt das Bild ja auch mit einem statischen Shot gut, wie ich auch in einem vorhergehenden Video dir ja schon erklärt habe, die Macht von statischen Shots. Das sind alles so die Überlegungen. Wenn du was tust, kurz hinterfragen, warum tust du das? Oder kannst du dir diese Bewegung nicht auch im Vorfeld schenken? Ja, wenn man sich bewusst für was entscheidet und im Vorfeld eine Auswahl trifft, dann ist das ganze Leben als Filmemacher oder auch so, denke ich mal, wesentlich entspannter. Und das ist tatsächlich auch so ein Punkt, jetzt wird es philosophischer, der mich so generell in meinem Leben so begleitet. Nicht immer mehr ist mehr. Wenn man sich limitiert, hat man viele Sorgen weniger. Und man muss nicht so viele Entscheidungen treffen. Und man wird insgesamt, finde ich, ruhiger. Und ja, also je größer die Auswahl ist, je größer die Möglichkeiten, desto schwieriger wird das. Und das kannst du halt auf viele Bereiche im Leben runterbrechen. So ist der Weg als Smartphone-Filmer so eine Art, ja, so ein bisschen Meditation eigentlich, weil ich bin jetzt nur selber unterwegs mit meinem Smartphone. Ich habe kein großes Zubehör, maximal vielleicht sinnvolles Smartphone-Zubehör, was ich euch in einem vorhergehenden Video ja schon gezeigt habe. Man hat einfach nur das, was man wirklich braucht. Maximale Smartphone-Haltung, die man noch auf den Stativ setzen kann mit zwei Griffen und vielleicht noch einen entsprechenden ND-Filter davor. Den hatte ich euch in einem letzten Video gezeigt. Mit einer externen Festplatte, wenn ich dann mit meinem iPhone die Videos gleich extern aufnehmen möchte. Und ja, in diesem Käfig kann ich dann einfach mein Smartphone reinstecken und fertig. Aber selbst das ist schon wieder eine Menge, wo man Entscheidungen treffen muss. Ja, will ich jetzt wirklich auf der externen Festplatte aufnehmen? Brauche ich jetzt den ND-Filter oder was auch immer? Oder vielleicht doch lieber statt der Festplatte ein externes Mikrofon? Und das sind natürlich alle so wichtige Sachen, je nachdem, für welchen Filmauftrag du das benutzt. Aber wenn du einfach zum Beispiel auf einer Reise unterwegs bist und möchtest einfach schöne Aufnahmen machen und die dann später zusammenschneiden, dann reicht doch eigentlich auch das hier völlig ohne Zubehör. Ja, ich muss wieder erwähnen, ich dürfte das eigentlich so sagen, nicht so sagen als Geschäftsführer eines Versandhandels für Smartphone-Zubehör. Also wir bei Arctis verkaufen ja gerade Zubehör auch für Smartphone-Filmemacher. Aber die Reise geht tatsächlich dahin, finde ich, weniger ist mehr. Klar, man braucht Zubehör. Zum Beispiel, wenn du außen irgendwo filmst und es ist sehr windig, dann brauchst du natürlich ein externes Mikrofon und idealerweise noch ein Windpuschel drüber und vielleicht auch mal ein Stativ, vielleicht auch entsprechende Haltung. Das ist alles richtig. Aber überlege immer im Vorfeld, ob du es wirklich brauchst. Überlege wirklich, ist es wirklich wichtig, bringt mich das voran, macht das meine Aufnahmen besser und werde ich dadurch besser, professioneller oder reicht im Zweifel das Wenige. Und bei meinen ganzen letzten Filmprojekten, egal ob wir jetzt hier diesen Fast & Furious Trailer nachgedreht haben, da habe ich einfach nur eine Sony FX3 Kamera gehabt, kein Gimbal, kein großes Zubehör oder wir drehen irgendwelche Trailer nach im Stil von Top Gun. Das Ende zum Beispiel haben wir mal nachgedreht. Auch das habe ich einerseits mit einer 50.000 Euro Red-Kamera gefüllt mit riesigem Equipment und einfach andererseits mit dem Smartphone mit wenig Equipment. Und ich muss sagen, das Filmen mit dem Smartphone hat wirklich mehr Spaß gemacht, weil man nicht an so viel denken muss. Man kann einfach loslegen und das befreit den Kopf und macht tatsächlich auch glücklicher, weil man mit einfachen Mitteln und wenig Entscheidungen und man kriegt den Kopf frei und kriegt tolle Ergebnisse hin. Und das möchte ich dir eigentlich mit diesem Video mitgeben. Langer Rede, kurzer Sinn. Und eigentlich für dein Leben quasi. Überlege wirklich, was brauchst du? Was ist wichtig? Müssen es letztlich drei Autos in der Garage sein oder reicht auch eins oder gar keins? Oder ist das Ziel im Leben wirklich, sage ich mal, zehn Mietwohnungen zu bekommen, die du dann vermieten kannst? Das kannst du alles übertragen, weil wenn du Immobilien hast, hast du auch hier das Problem, du musst dich um die einzelnen Immobilien kümmern. Du hast ja anfallende Sanierungskosten, hier Stress mit dem Mieter. Also je mehr du letztlich hast, desto mehr Stress hast du. Und das nehme ich so jetzt für mein eigenes Leben so ein bisschen mit, dass ich mich versuche, eigentlich in allen Bereichen, so wie gut es geht, zu limitieren. Klar, ich habe meinen Anspruch auf gewissen Luxus, den möchte ich auch haben. Ich bin jetzt nicht der Fan von einer teuren Uhr. Maximal habe ich eine Apple Watch an der Hand, meistens aber auch tatsächlich gar keine Uhr. Und ja, das ist so ein bisschen so vielleicht für euer Leben auch so ein kleiner Tipp. Egal, ob jetzt für Smartphone filmen, da gilt es natürlich in erster Linie, weil dieser Kanal ist ja ein Filmemacherkanal. Versuche dich zu limitieren. Und dann hast du einfach viele Entscheidungen weniger im Kopf. Und es wird einfach alles viel einfacher. Und damit wirst du auch sehen, wirst du viel zufriedener sein. Also, dein nächstes Video drehst du vielleicht einfach nur hier mit und nicht mit dem großen Equipment. Ich hoffe, ich konnte dir was mitgeben in diesem Video. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye, euer Rainer. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020